Die kleine Marie wird fieberhaft gesucht. Die Kripo geht davon aus, dass das Kind getötet wurde. Wahrscheinlich von Eva M. selbst. Lies mal. Solche gemeinen Menschen gibt es. Vielleicht hat es ja überlebt, wenn es einer was findet. Na ja. Redet doch nicht so Quatsch, da bin ich zur Polizei. Sie haben das Baby aus dem Müll herausgezogen. Meine Frau hat sie dabei beobachtet. Ja, aus dem Mülltonnen. Ich habe das Leben gerettet. Jetzt bin ich ihr Vater. Sie kommen ins Gefängnis, Herr Scholz. Sie haben dem Kind einen neuen Namen gegeben, ja? Felizia, das Glückskind. Ja. Mein Name ist Lindner, Kriminalpolizei. Wir suchen nach einem Baby, das vermutlich in eine dieser Mülltonnen geworfen wurde. Die Schlinge zieht sich langsam zu mir. Ich habe was vor. Ich werde die Veronika Kell beim Gefängnis besuchen. Sie haben sie gefunden. Jetzt hören Sie auf damit. Ich habe sie nicht gefunden. Sie haben sie mir gegeben. Ich bin Heilig. Untertitelung des ZDF, 2020